Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass unsere Schuhe doppelt so lang, fünfmal so lang, zehnmal so lang halten wie so manche Billigschuhe. Wir richten Schuhe her, die 20 Jahre alt sind und die Leute verstehen die Welt nicht mehr, wenn der Schuhe dann so super schön wieder zurückkommt. Es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, keine Berufsgruppe gibt, wo ich mehr Freunde und Fans habe als in den Banken. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Banker viel, viel genauer wissen als sie, welche Fehlentwicklungen im Bank- und Finanzwesen drinnen stecken. Und da ist natürlich das Schönfärberei, was wir sagen, es könnte uns gelingen, das Desaster abzuwenden. Das Desaster ist heute Wirklichkeit für Millionen und Abermillionen Menschen. Ich kenne niemanden, der das cool findet, dass wir 50 Prozent der Lebensmittel wegschmeißen. Ich kenne niemanden, der es sinnvoll findet, dass in jedem Gerät irgendwas drinnen ist, nur dass es ja kaputt wird. Es wäre wahnsinnig leicht, diesen Wahnsinn abzustellen. Und zwar, dass alles, was nicht reparierbar ist, wird mit einer Sondermehrwertsteuer von 200 oder 500 Prozent belegt. Und innerhalb weniger Monate hat jedes Apple-Gerät einen Reparatursatz, der sich gewaschen hat.